So, das ist er bei Knock Knock, weiter geht's. Wir machen die Nacht noch einmal und die Devise ist, lass dich nicht in eine Ecke drängen, weil das ist eine ganz, ganz schlechte Idee. Ansonsten kommen Geister und fressen deine Seele von innen raus und das wollen wir nicht. Okay, nochmal. Großes Haus, großes Haus, links unten ist gefährlich und böse, weil, äh, halt, Licht aus, ganz vergessen. War da unten dieses Mädel beim letzten Mal, war auch dieses Ding, was da am Rumheulen war, ich hab keine Ahnung. Hat meine Backsteine abgeknutscht und rumgeweint. Ich weiß, ich weiß, Steine sind traurig und grau meistens, aber schauen wir doch einfach mal, ob hier irgendwo ein Robo-Freund von uns rumsteht vielleicht. Robo-Freund? Oh, Robo-Freund, ich mag mich ja so. Und noch irgendwas. Hey. Was zur Hölle? Gerade einfach mal so eine Rose von Jericho reingerollt und dann wieder raus. Auch nicht schlecht. Warum auch nicht? Warum eigentlich auch nicht? Okay. Jetzt ist er wirklich weitergebracht. Hier gibt's noch was. Oh, Jesus. Nope. Hier ist auch noch was. Was siehst du, mein Freund? Bitte noch ein Stuhl, Blätter, irgendein Sack im Eck. Der Sack im Eck, hab ich recht. Der Gude Sack, da ist er. Lass uns mal da lang gehen. Vorsichtig und langsam. Das heißt für mich eigentlich schon mal, dass der Raum da oben tabu ist für mich. Also da möchte ich mich wirklich hin nennen. Das Ding sitzt einfach mal direkt über dem Loch, wenn ich da rauskomme. Da habe ich keine Chance, noch vorbeizugehen. Also werde ich es berühren. Sie berühren, whatever. Nichts gegen sie. Vielleicht ist er eine ganz nette. Aber ich möchte sie gerade nicht so wirklich berühren, weil sonst muss ich die scheiß Nacht nochmal anfangen. Das wäre nicht gut. Das wäre absolut nicht gut. Ich stinke nach Angst. Ja, ist das so? Okay. Das ist nichts. Och, schau mal. Da ist ja unser Einradfreund wieder. Ja, das kam es. Wie auch immer. Okay, nein. Da soll ich nicht durchgehen. Sollte ich auch nicht unbedingt durchgehen. Ich sollte hochgehen. Wie wäre es damit? Oh, Jesus. Okay. Lass mich mal ganz kurz dahinter. Das war knapp. Eigentlich hat das Verstecken mal Sinn gemacht. Das habe ich sonst noch nicht so wirklich eingesetzt. Oh, Mann. Verzieh dich doch. Lass mich doch einfach in Ruhe. Wer auch jedes Mal einfach die Lampe kaputt machen muss. Oh, fuck. Und er halt auch noch. Komm schon. Licht an. Licht an. Oh, Jesus. What? Oh, ich hätte das Licht ausmachen sollen. Ich hätte das Licht ausmachen sollen. Was zur Hölle geht denn gerade vor sich? Da gibt sich ja jeder hier. Die Klinke in die Hand. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, jeder Mal. Oh, let's do. Abklatschen. Tag Team. Okay. Mal ganz ruhig. Wir brauchen erstmal noch ein paar Blätter, bevor ich hier weitermachen kann. Nur die besten. Nope, Alter. Oh. Oh, Jesus. Wie es ihn nicht juckt. Okay, den interessiert es absolut gar nicht. Das ist jetzt blöd für mich, ne? Wer ist krank? Ich bin krank. Meint er mich? Ah, macht es gleich wieder guckig. Es bringt nichts. Aber wie komme ich denn an diesem... Wie komme ich denn da wieder vorbei dann? Rennt halt jetzt die ganze Zeit da unten rum. Nicht gerade zu meiner Freunde. Und ich sage noch, lass dich nicht in die Ecke drängen. Es ist halt echt schwierig, mittlerweile sich nicht in die Ecke drängen zu lassen. Ich beobachte ihn mal. Vielleicht irgendwann genug Zeit, hier das Licht anzumachen. Wieder aus und hoch zu gehen. Dass es zumindest nicht kaputt ist, sondern dass es eben funktionabel ist, wenn ich da runter sollte. Ich verziehe mich jetzt einfach mal in die Richtung wieder. Okay. Kein Interesse daran, mich mit dir rumzustreiten. Und dann ratscht da oben rum. Sollte recht sein. Okay. Das ist nicht der Weg, den ich gehen will. Vielleicht habe ich jetzt keine Probleme, hier durchzukommen. Ja, jetzt darf ich hier durch. Auch wenn mir das absolut nicht gefällt, dass hier gerade das Licht ausgegangen ist. Oh shit, das Auge. Du siehst irgendwas. Robo-Freund? Jawohl, Robo-Freund. Wir haben uns noch viel zu selten gesehen in dieser Nacht. Das ist der zweite gerade mal. Wir haben trotzdem schon ein bisschen was an Zeit rumgebracht. Also, oh shit, das steht da noch drin. Weißt du was? Ich gehe mal nicht da lang, sondern ich gehe jetzt mal nach rechts einfach. Das ist jetzt blöd. Er will offensichtlich nicht, dass ich da wieder reinkomme. Okay, sonst noch irgendwas vielleicht für mich. Nein. Schau mal nicht so wirklich. Das ist jetzt halt auch wirklich gefährlich, wenn hier irgendwas auftaucht, weil das ist ein Raum, an dem nichts anderes mehr ist, wo ich irgendwie nach links, rechts ausweichen kann, nach oben. Komm schon. Oberfreund. Irgendwas. Nicht gerade hilfreich, aber es ist irgendwas. Was fehlt dir hier noch? Der gute Taucherhelm und der Haken. Ist das so? Mach mal ganz schnell die Augen zu. Mach jetzt mal ganz schnell die Augen zu. Oh Gott, da drin steht er. Gerade gar nicht so arg viel. Nicht drauf gehen. Das wäre schön. Am Leben bleiben. Die Nacht übersteht irgendwie. Das ist das, woran ich gerade denke. Okay. Da oben ist wieder ein einzelner Raum. Ich muss mich trauen. Ansonsten bringen wir die Nacht hier nicht rum. Oh shit. Shit, shit, shit. Absolut nicht gut. Noch irgendwas hier drin? Die Waage fehlt noch, habe ich recht? Okay. Ich habe auch keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ich sollte den Typen, der das Schloss hergestellt hat, verklagen. Kommt schon, Leute. Echt, jetzt lasst mich das Lichter machen. Ich habe keinen Bock, hier noch länger im Dunkeln rumzustehen. Ich kenne noch irgendwie was. Okay. Okay, okay. Die Nacht müsste bald rum sein. Schaffe ich es vielleicht, die Nacht einfach hier unten rumzubringen? Oh, die Nacht ist rum. Holy shit. Das war eine stressige Nacht. Wir spielen Umsiedlung. Es ist ein Wünsch dir was Spiel. Es geht so. Wenn es einer geschafft hat, eine Stunde vor Sonnenaufgang aufzuwachen, dann sollte diese Person sich in seinen Gedanken zum Lebendigen erklären. Bei Sonnenaufgang sollte der Lebendige vor der verschlossenen Tür stehen und laut sagen, die Stunde ist gekommen. Es ist Zeit, mich zum Gehen bereit zu machen. Wenn die Tür verschlossen bleibt, hat er gewonnen. Wenn nicht, ist diese Person nicht länger der Lebendige. Wir haben früher immer Fange gespielt oder so. Das klang nicht so gefährlich wie das da. Oh shit. Schau mal, es hat sich wieder ein bisschen verändert. Wir sind jetzt im letzten Haus, könnte es sein. Wie nah ist dieses Monster jetzt an uns ran? Ist es überhaupt noch das Monster? Oh Gott, ja, da sehe ich doch im Hintergrund schon wieder irgendwas. Oh shit. Es scheint hungrig zu sein. Ja. Chickenkin Bart, by the way. Sieht aus wie ein Kondom. Das ist nicht schön. Da rechts im Raum, okay. Lass uns mal schauen, dass wir da schnell hinkommen. Normalerweise. Aber jetzt irgendwie doch nicht, ja? Ich muss ganz darüber dafür. Ich mache mir trotzdem ein paar Lichter an. Vielleicht kriege ich ja noch irgendwelche Infos, irgendwelche weitere Notizen, die er findet. Ja, siehst du, du hast Angst und deshalb fällst du immer wieder zurück in den Schlaf. Du musst nach vorne gehen und aufwachen. Das sollten wir uns zu Herzen nehmen. Schau nicht in den Spiegel. Schau aus dem Fenster. Ich habe schon gesehen, was da dahinter ist. Ich will nicht noch mal rausgucken. Es ist sehr wichtig, dass der Sonnenaufgang dich in einem vollständig wiederhergestellten Haus vorfindet und dein Haus ist immer viel größer als es scheint. Okay. Ein vollständig wiederhergestelltes Haus. Dann sollten wir das vielleicht überall plötzlich anmachen oder wieder ausmachen, dass es wirklich hergestellt wird, in Anführungszeichen. Dies ist kein Traum. In Wirklichkeit ist dies dein richtiges Zuhause. Okay, hier ist nichts drin irgendwie. Holy shit. Naja, okay, dann lass uns das mal machen. Lass uns das einfach mal machen. Vielleicht bringt es ja irgendwas. Aber da hätte ich wahrscheinlich innerhalb der Träume dann vielleicht öfter oder länger in den Räumen bleiben sollen, wie auch immer. Schau einfach mal. Hier verändert sich nicht mehr so wirklich was. Genau in diesem Haus Waltherus, ja. Das ist dein Waldhaus, mein Freund. Ach Gott, was? Ich muss das Haus aufräumen. Zeit, die Gäste zu empfangen. Ist da gerade wieder irgendwo ein Licht ausgesprungen? What? Hier auch? Komische Erscheinungen und all das. Nein, sehr gefällt mir nicht. Ich weiß nicht, ob es irgendwas bringt. Es verändert sich sowieso nichts mehr. Lass uns einfach mal rüber gehen und dann werden wir ja schon sehen, was wir davon haben, in Anführungszeichen. habe ich da auch schon aktiviert. Ich aktiviere jetzt schon noch das Licht, aber in den Räumen, die auf meinem Weg liegen. weil dadurch verändert sich auch nicht mehr so arg wirklich was. Was ist denn da oben? Nochmal ein Schlafraum. Nochmal irgendein Bett. Hier ist es auch nicht. Na wunderbar. Was genau überhaupt? Nach was suchen wir? Nach dem Buch hier wahrscheinlich nicht mehr. Das haben wir ja relativ schnell wieder aus den Gedanken verloren. Wir finden eben sehr viele einzelne Schnipsel und da ist mein Robofreund. Lass uns mal ganz kurz Licht ins Dunkel bringen und dann an ihn rangehen. und schauen, wie weit du uns jetzt nach vorne bringst. Okay. Dann gehen die Tür zum Wald wieder auf. Also doch noch nicht bis ganz ans Ende. So viel steht fest. Und bis wir da heiß in den Wald gehen, dann machen wir das doch einfach mal. So, einfach mal schnell durch die Räume durchgehen. Hier ist der Ausgang. Wollen wir mal? Wollen wir nicht? Nein, wir wollen nicht. Um Gottes Willen. Was fällt mir ein, da raus zu gehen? Eine Frechheit. Oder war irgendwas anderes das Problem gerade eben? Was? Ja, ja, ich sehe schon. Ich sehe schon. Komm mal raus, es ist Zeit. Das habe ich gerade versucht und da bin ich draufgegangen, Junge. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das nochmal so wirklich anstellen sollte. Ich mache jetzt auch immer überall das Licht erstmal kurz an. Und dann sehen wir immer noch weiter. Also wirklich dahinter gestiegen. Oh Gott, das ist nah dran. Bin ich jetzt nur nicht so hundert Prozent? Wir latschen da rum. Und cool, mach die Lichter doch aus. Gefällt mir nicht. Nein, hier ist es auch nicht. Haben wir den Titel auch hier beim letzten Mal gefunden? Ich weiß, wir haben sie willkommen, aber ich glaube doch in einem anderen Raum. Na ja gut. Dann ist es eben in beiden Räumen nicht, ja? Was du da siehst, ist nicht wirklich nichts, sondern etwas. Und warum sie nicht sehen, sehen sie gleich. Ganz cool, ganz cool. Ist ja okay. War der Joke zu heftig für dich, oder was? Ist dein Hirn implodiert, mein Freund? Dann niedlich einen Nachttopf da unten. Man könnte auch auf die Toilette gehen. Ja. Okay, ist wahrscheinlich wieder hergestellt, das Haus von der Schuhe. Das haben wir ja schon mal. Gelesen ist genau das gleiche im Prinzip. Gehen wir mal wieder ein bisschen voran. Okay, und soweit ich da rausgehe, gehe ich rauf, oder wie? Warum denn genau? Das weiß ich auch nicht so. Ich mache einfach mal über das Licht an. Bringt das irgendwas? Wird der Lichtgeist mir zur Hilfe kommen? Ich glaube es nicht. Lass es uns herausfinden. Was habe ich denn zu verleeren aus meinem Leben? Hier auch noch. Hier noch das Licht an. Hier auch wieder anmachen. Oh, hier ist es kaputt gegangen wieder mal. Dieser Raum ist schon irgendwas Spezielles. Ja, machen wir das doch einfach mal. Dann schauen wir weiter. Und wenn wir dann wieder drauf gehen, dann sollte ich mir irgendwas anderes überlegen. Weil dann ist es nicht das Rätsellösung. Ich bin nicht raus, ich bin da hoch, ne? Ja, sehr gut. Nicht noch diesen Raum vergessen. Der Zeige hängt um auch immer so. Es ist halt besser. Man sieht, er bewegt sich ein klein bisschen, aber naja. Besuchen wir es. Oh, Jesus. Game fucking over. Kann das sein? Ja, das kann sein. Okay, das ist nicht das Rätselösung. Dann müssen wir uns was anderes überlegen. Was auch immer. Wir gucken, wie es weitergeht. Bis dahin. Haut rein. Dann. Bis dahin.